Ich hatte das noch nie gemacht über Töpfen, das war's für dich. Und dann habe ich den Mittelpunkt besucht und eine Spezialfirma gefunden, gegen diese Fahrbahn-Kläne, die wir uns auswahlbaren Garten sehen, auf Töpfen. Das war auch noch klar. Und es ist eine sehr gute Einzeige. Und dann schließt es, wenn wir dann überleben, die wir nicht mehr haben, die wir nicht haben. Dann habe ich ein Datenbord, mit der Sprechmachrichter Stufe. Und haben wir aufs Schwerpunkt, die wir nicht haben. Aber ich bin erst mal. Aber das ist die Frage, das ist sicher die Wahrheit, in der Zeit hat er nicht. Also aus dem Ausflug, das ist die Verlegenheit auch, die Stattung der Mühe zu montieren. Aber so, ganz klar. Und als ich das also reagiert hatte, wie das geht, wo mein Plan fertig hat, dann sind wir an die Leitung langgegangen, hier hat der Chorsänger das erst in der Amelung, den Musikdirektor vorgesprach. der gaben Tag, der gaben Tag, war die Juden der Anregung, das war später, und hat das auch in der Amelung gekauft, und auch in der Amelung zu haben. Und da hat das den Professor Schindberg, der leitet der Bibelstuhl, das ist die Juden, und das kommt schon mal, der gaben Tag, das war die Fähigkeit der Werbung, und war auch dann, war auch die Anregung, aus der Tat von einem, die gleiche Überwahlung aus dem Plan. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Amen. Oh, es kommt so wieder hin. Was auch sehr, sehr deutlich von jedem anderen Teil abhängt. Wenn man jetzt diesen Stuttgart, diesen kurzen Basten, also praktisch Staccato spielen lässt, der kommt zur Kurze und dann sagt, ich lese diese Effekte, dann füge ich die Stuttgart. Ja, ja. Ja, klar. Aber auch sonst, diese Basten, das ist so gut. Ja, genau. Das ist ein super Stückchen. Ja, okay. Das ist ein ganz schönes Stückchen. Das ist so. Auch gut. Das ist der Stuttgart. Das ist der Stuttgart. Ja, ja. Das ist der Stuttgart. Das ist der Stuttgart. Ja. Ja, man kennt das dann, das ist so. Ja, ich denke, ich bin schon, dass viele Komplenisten ganz was anderes, glaube ich, im Ohr haben, als existierende Instrumente, als sie komponiert haben. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Und ein Komplenisten, man kann sich ja vollstellen, der hört eine Menge im Kopf oder... Und der gibt das nicht, ja. Und er kann sich ja gar nicht aus, zu viel verschiedene... Ja. Ah, okay. Ja, ja. Also, du bist schon geschickt. Ähm, ich weiß nicht, ob das... Ob dir das gefährdet wahrscheinlich... Ja, 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 danke. Ich bin jedes Kliental. Ach, das ist ja so richtig. Ich bin dieses Kliental. Ach, das war ja nicht wirklich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Amen.